Die Viertelzoll Slimpower Ratsche ist mit einem Doppelpin Ratschenmechanismus ausgestattet, der ein extrem schlankes Design erlaubt. Somit konnte eine Gewichtsersparnis gegenüber herkömmlichen Ratschen von 40 Prozent erreicht werden. Auch der Umschalter wurde platzsparend, aber dennoch komfortabel zu erreichen, ins Gehäuse integriert. Im hinteren Bereich befindet sich ein Zweikkomponentengriff, der zudem Abrutschsicherheit garantiert. Der Vierkant wurde mit einer Verriegelungsmechanik versehen, das heißt, wenn ich meine Stecknuss aufsetze, ist diese unlösbar mit der Ratsche verbunden. Sobald ich aber den roten Knopf drücke, gibt die Ratsche die Stecknuss wieder frei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017